Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil Village. So. Hier haben wir ja glaube ich irgendwie verpennt hier die Kugel. Beziehungsweise das Auge reinzumachen beim letzten Mal. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe gerade aufgestockt. Hast du gerade aufgestockt. Ja, wunderbar. So, wir haben noch ein bisschen Leih über. So. Mal schauen, was wir machen. Können die Feuerrate noch erhöhen? Halle hat die Geschwindigkeit. Ja. Ich mache mal nochmal die Feuerrate. Kann nur nicht schaden, ne? So. Auf jeden Fall müssen wir jetzt die Ge-Mächer finden. Schloss nach Rose suchen. Lady Dimitres-Kus-Kus-Kus-Kus. Bleah. Ich habe jetzt schon wieder Sprache, Frieda. Lady Dimitres-Kus-Gemächer. So. Genau. Deswegen ist hier noch der Raum rot. Vermute ich mal. Aber sie ist noch irgendwas anderes. Aber so wird es sein. Ich finde hier nämlich sonst nichts. So. So. Ich höre gerade ganz komische Geräusche, Junge. Ei, ei, ei. Ich habe natürlich halt... Moment. Ich muss... Ah, genau. Hier. Genau. Hier war ja auch noch rot. War ich das? Ich hoffe. Mädchen bei der Ernte. Ach, genau. Das war das mit dem Dietrich. Ja, okay. Dann muss das wahrscheinlich das Problem sein hier. Genauso wie hier. Zellen hier. Da habe ich auch noch irgendwas. Was ist das hier? Okay. Nee. Hier haben wir ja die Flasche her. Genau. So. Hm. Kann schon sein. Nein, ich stelle mich gerade ein bisschen dämlich an, aber... Speisezimmer war ja Schlüssel. Hm. Genau. Und hier ist noch irgendetwas. Warte mal. Jetzt tun wir mal die Flasche rein. Dann schauen wir mal weiter. Hola. Hola. Was haben wir denn da? Schießpulver? So. Mal schön. Den Hofschlüssel. So. Ich habe immer Angst, mich bei so Horrorgames umzudrehen. Weil ich immer so einen scheiß Jumpscare erwarte. Die Flasche. So. Jetzt haben wir den Hofschlüssel. Ja? Perfekt. So, und hier im Gang muss auch noch irgendwas sein, was ich nicht finde. Aber komm, jetzt schauen wir gerade, wenn wir nochmal hier oben sind, nochmal nach. Das sind ja Hofschüsse. Die Hofschüsse nehmen uns noch eins tiefer, ja. Schade, dass ich das Auge hier nicht mehr rausholen kann. Da ist ja auch düster. Da öffnet sich doch die ganze Zeit irgendwie ein Fenster oder eine Tür. Das Ding ist, ich sehe hier auch nichts. Also jetzt nicht im Sinne von ich sehe nichts, sondern einfach. Hier liegt doch nichts. Warum ist es da noch rot? Ich glaube, das ist der Aufzug. Ach, das kann natürlich sein, dass es wegen dem hier liegt. Weil das verbunden ist. Ja, na gut, okay. Dann gehen wir mal Hofschüsse. Der war da hinten, kann das sein? Ja. Soll ich dich rum? What the fuck, was? Oh, shit. Oh, man. Oh, man. Ich hasse diese Frau. Oh, das ist jetzt die letzte, glaube ich. Die anderen zwei haben wir ja schon. Oh, wie gruselig. Meine Kehle ist so trocken. Hä? Shit. Abgestanden? Ich find dich lecker. Oder wie suchen wir wieder irgendein Fenster oder so. Besser. So, jetzt haben wir nämlich keine Muni mehr. Jetzt wollen wir dem mal alles geben, komm. Jawohl. Oh, dieser Durst. Oh, dieser Durst. Dann trink was anderes. Aber nicht mein Blut. Und? Ah, nein, 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 nein. Ah, Schwester Nummer 3. Oh mein Gott, niss. Okay. Ich verbrauche jetzt meine ganze Munition, oder was? So ist es gut. Was soll ich denn machen? Shit. Ich könnte noch Dynamis werfen, aber... Mein Blut pulsiert. Das kann doch nicht sein. Mach Schältchen, du, aus. Ne. Really? Ich habe das ja mit dem Licht gewusst, ja? Aber ich habe die jetzt nicht sterben sehen. Das war auch mal ab und wie die überhaupt noch kommt. Aber ich meine, die zweite von den Schwestern, wo wir gekillt haben, die haben auch so getötet, ohne Licht. Warum ging das jetzt hier nicht? Hm. Okay, hier geht es auf jeden Fall nach draußen. Aber hier liegt noch was. Oder hier ist noch irgendwas. Ja, am Tisch jetzt eher weniger. Schließpulver, okay. Hier ist noch was am Tisch. Nein. Nein. Oh Gott, jetzt haben wir echt umsonst zu viel Munition verschwendet. Okay, hier ist garantiert nichts mehr. Die Frage aller Fragen, ha? Verdammt, ich bin ein bisschen schoddy. Munition. Okay, hier liegt... Ich sage jetzt einfach mal, hier liegt nichts. Obwohl es hier noch rot ist. Naja, vielleicht können wir später nochmal schauen. So, jetzt sind wir mal zumindest draußen. Naja, was heißt zumindest? Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Oh. Oh. Okay. Oh. 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 Die ist da gerade hochgelaufen. Okay, eigentlich wollte ich da noch gar nicht hin, ne? Ähm. Ich wollte mich hier erstmal nochmal kurz zuschauen. Ist das kein Tor? Scheine nicht. Okay, da brauche ich wieder mal den Schlüssel. Lady Dimitrescus Schlüssel. Okay. Das heißt, wir sind doch erst da rein. Alles klar. Jetzt kann ich die vielleicht kaputt machen. Ne. Ist Stein. Okay. So, hier ist aber wieder rot. Warum? Alter, oben haben wir noch nicht nachgeschaut. Ja, guck, wer zuhört, der findet, he? Heilung. Das stellen wir gleich mal her. Ach nee, brauchen wir noch Chemikalie. Okay, dann gehen wir doch rein. Richtung Dimitrescus. Na, mal schauen, was hier auf uns wartet. Aber jetzt. Ah, guck, hier war es jetzt alles. So. Wo ist die Tante, hä? Oh. Schotty, Muni. Hallo. Ich warte schon die ganze Zeit auf einen Jumpscare. Ich weiß nicht, warum. Ja, das auch nicht. Was? Was? Hast du mit meiner Tochter gemacht? Ja, ich habe gar nichts gemacht. Oh. Hier, hier links. Na, jetzt schauen wir mal kurz. Karte aufrufen. Ah, ja. Findet man dann noch alles. Das ist jetzt die gärmste Karte von dem Schloss hier. Ah, schön. Immer nur nicht alles. Jetzt. Okay. Hm. Wo jemals rein? Da, wo wir es hier gehört haben, oder? Ja, wahrscheinlich, oder? Könnten es aber erst mal hier probieren. Ah, da ist zu. Ja, dann doch da. Ready? Da kommen wir doch gar nicht rein. Was brauchen wir jetzt da wieder für einen Schlüssel? Auch den Schlüssel. Hm. Hier rein? Oh, ja. Bade. Haus-Statue. Soll ich schwimmen gehen? Oh, oh, oh. Okay. So. Hier ist irgendwie eine Quest, ja? Die Gemächer sind da, da kommen wir auch noch nicht hin. Was soll ich jetzt sein? Also warum muss ich hier... Ah. Moment. Ah, ich muss irgendwie drehen. Okay, Moment. Moment. Jetzt muss ich die Frage, wie drehen, ha? Habe ich irgendwie einen Hinweis? Ich sehe jetzt nichts. Aber jetzt lassen wir mal was probieren. Weil die hat eine Weinflasche und die hat Glas, ja? So, machen wir das so. Ach, das war es jetzt, oder was? Ich wollte den hier eigentlich noch drehen. Okay. Hallo. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Die eine Tante ist ja auch noch da. Die Schwester. Hinter mir ist irgendwas, oder? Ja, lustig. Oh, Mann. Okay, aber... Ich würde sagen. Hier gehen wir das nächste Mal rein. Oh je, ich sehe schon irgendwas passiert. Naja. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Resident Evil Village. Ciao, macht's gut. Euer's wie Sie. Tschüss.